Was geht Leute? Mein Name ist Loadedany B-B-B-Bönnich Und herzlich willkommen zum Anfang meines Road to Commanders hier in Black Ops 1 Ja, ihr habt richtig gehört, es ist nicht Black Ops 2, damit sind wir schon fertig Sondern in Black Ops 1 Das ist Black Ops 1, der Vorgänger Im Moment spielen es 13.000 Menschen Ist für ein altes Call of Duty ziemlich gut, denn Es spielt fast mehr als C und D-Ghost Läuft bei denen Naja, auf jeden Fall heute ein Road to Commanders in Black Ops 1 Es ist quasi ein Multiplayer-Let's Play Wir fangen mit Level 1 an Habe ich Glück gehabt, dass ich nicht auf diesem Account irgendwie aufgelevelt bin oder so etwas Und wir spielen bis Level... Oh shit, ich glaube 50 war das, ich bin mir gar nicht mehr sicher Bis zu welchem Level es gehen wird Und ja, wir haben eigentlich quasi noch gar nichts Wir müssen noch viele Sachen freischalten Äh, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auf dieses Let's Play, der gesund ist, wieso ich Dieses Road to Commander mit starte Weil ich habe ja im Moment schon ein Low Road to Commander am Laufen Das ist meine Modern Warfare 2 Road to Commander Der gesund liegt einfach darin, dass ich ein bisschen Abwechslung brauche Nach dem letzten Mal aufnehmen von MB2 war es so, dass ich ausgetickt bin Denn ihr habt es schon im letzten Video gesehen Äh, und ähm, ich brauche auch meine Entspannung ein bisschen Und da dieses COD, ich denke sogar das einfachste COD ist, was es gibt Und ich weiß, ich werde das, was ich hier sage, wahrscheinlich bereuen früher oder später Äh, weil es anscheinend dann doch nicht so einfach ist Aber das ist wirklich das einfachste COD Und ich denke, wir müssen uns gut schlagen Und, äh, deswegen Zur Beruhigung ist es wirklich perfekt Und deswegen wird es wahrscheinlich dann auch abwechselnd Mit dem MB2 Road to Commander kommen Und ich hoffe dann einfach mal, dass wir bis zu COD Advanced Warfare Dann damit auch fertig werden Mit den ganzen Road to Commanders Und wie wir es mit MB3 regeln Wenn wir noch Zeit haben und Advanced Warfare Nicht gleich, nachdem wir die Road to Commanders beendet haben Erscheint, da werden wir auf jeden Fall noch Ein Road to Commander in MB3 machen Allerdings ist es zu viel, wenn ich drei Road to Commanders am Laufen habe Zu COD 4 bitte keine Fragen stellen Weil COD 4, es gibt zu viele Hacker Ich denke, ich werde sogar aufgelevelt Einfach, dann bin ich gleich nach dem ersten Tag Gleich mit dem Road to Commander fertig Weil ich auf einmal Level 70 bin Äh, da könnte ich allerdings ein paar Live-Kommentaries machen Wenn ich mir das Spiel dann noch holen sollte Denn auf der Xbox gibt es wahrscheinlich noch Server Äh, zumindest das von dem, was ich gehört habe So, langer Reden, kurzer Sinn In der Beschreibung Link zu GameKey4Me Wo es günstige Spiele-Keys gibt Und dann würde ich sagen, fangen wir mit einem Team-Death-Match an Team-Death-Match finde ich immer am besten Aber ich werde euch versichern, dass wir auf jeden Fall noch viele verschiedene Spielmodi spielen werden Ja, Mann! Geil, guter Anfang, weil ich liebe Summit Vor allem, zum einen, guter Anfang Oh, Ladescreen, geil, ich liebe Ladescreen Vor allem guter Anfang, weil zum einen Ähm, die Map richtig geil ist Und zum zweiten Wir fangen das Spiel von vorne an Meistens ist es ja so, dass wir irgendwie in irgendwelche Lobbys reinjoinen Und das Spiel dann in zwei Minuten endet Und das nervt immer Und für den Anfang ist es nicht so schön So, dann fangen wir erstmal mit diesen Standardklassen hier an Wir haben hier die MP5 Übrigens, wenn es euch gefällt, dieses Fallout-Dokumenter Würde ich mich über eine Bewertung freuen Also, wenn ihr Sticker-Seis mögt Master-Eis nicht mögt Meine Videos mögt, mich mögt Und dieses Spiel mögt Und da eins auf jeden Fall von Eins auf jeden Fall irgendwie stimmt Dann lasst auf jeden Fall mindestens 100.000 Daumen noch mehr, mindestens, definitiv Verdammt, ich habe meine Steuerung leider nicht geändert Ja, ist jetzt schon der Typ im Drogen Oh, da hinten haben wir noch einen Ja, also Einen Moment bitte, ich denke, ich werde kurz meine Steuerung ändern Tastenbelegung, Taktik bitte So, vielen Dank Genau, das müsste es Oh, shit Was haben wir hier, die Stoner Ja, die ist auch mal extrem stone So Da hinten haben wir den Gegner Aber da kommen auch schon wieder welche von hinten Ja, das war klar Alles klar So, wir haben wenigstens die UAV Und ihr seht schon, die Gegner Die wissen manchmal gar nicht so wirklich, was sie tun Also Wirklich Black Ops 1 ist Nicht so schwer normalerweise Und ich weiß, ich werde es bereuen, dass ich das sage Etc, etc, aber Jetzt seid einfach leise und sagt gar nichts mehr Okay Mein Gott Spaß Ich mache nur Scherze, ich mag eure Nippeln wirklich Ich meine, keine Ahnung Scheiße, 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 scheiße So Oh, da kommen wir Oh, shit What the fuck, mache ich da meine Empfindlichkeit? Vielleicht sollte ich auch ein bisschen hochstellen Oh, auf zwei Spiele ist What the fuck Wer spielt auf zwei, bitteschön Habe damals mal auf drei gespielt Das hat sich dann geändert So, da haben wir einen Mal sehen, was ich hier für eine Grate habe Nur die, alles klar Oh, stuck Hä, was? War das nicht stuck oder was? Was für einen Score haben wir? 5 zu 2 im Moment Der Heine hat ein 7 zu 1 Ist ein bisschen problematisch Weil wir leider Nein, 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 nein Mein Herz ist klopft und klopft Was macht der da? So, es hat manchmal gar keinen Sinn, was die da machen Das ist das Ding Ja, man, die Galil Oh, Jesus Immer wenn ich ein COD anfange Was schon ein bisschen älter ist Und ich es dann spiele Dann kommen einfach Glückshormone aus mir Das ist wirklich eine Tatsache Oh, shit Oh, shit Der kam von hinten Den habe ich leider nicht gesehen Ja, den habe ich leider nicht gesehen Das war so schade, mein Gott Kann mal passieren Ja, kann mal passieren So, der chillt hier Ja, genau Der chillt hier Naja, alles wird gut, mein Freund Du nimmst auch Drogen So, ich denke Die kommen hier lang Oder auch nicht Also, ihr seht schon Ich denke So eine Abwechslung Tut wirklich auch mal niemand Etwas So, gib mir die AK Ich wechsle ganz gerne die Waffen Weiß ich sowieso Ach, dieser Bastard aber auch, Alter Der mit seiner scheiß Farmers, Mann So Da hinten ist einer Genau Stell dich gleich mitten aufs Feld Naja Da kommen deine Teammates angelaufen Du Bastard Gott, die Gegner sind so schlecht Sorry, natürlich Hab ich unnötige Tode Aber Die sind einfach schlecht Was anderes Kann man dazu nicht sagen Gott, mit der Waffe kann ich ja mal gar nicht umgehen Ist ja echt peinlich So, genau Wirf den Samtex Obwohl ich dich jederzeit eliminieren kann Läuft bei dir So Da haben wir wieder einen Genau Drohne Immer sehr schöne Drohne zu haben Wissen wir immer, wo die Gegner sind So Der läuft einfach weiter Gott, ich weiß gar nicht Was ihm vor sich geht Meine Güte Also, ihr seht schon Mann, ist es einfach Vielleicht wird es aber auch schwerer Ich denke, vielleicht Haben wir noch ziemlich Ja, nicht nur vielleicht Sondern das ist so Wir haben ziemlich schlechte Gegner hier gerade Aber das wird sich auf jeden Fall noch ändern Oder ich bin einfach so gut Wahrscheinlich ist das Erderfall genau So, dann holen wir mal Unsere Vorräte hier raus Um mal zu sehen Was sich dort denn befindet Meine Teammates spawnen Mittlerweile auch schon hier So Der Hubschrauber sieht übrigens auch Ziemlich cool aus So, die Gegner haben eine Drohne Was haben wir? Munition, oder? War das Munition, ja, ne? Okay Manchmal kriegt man sogar Munition aus den Kisten Was ziemlich Unnötig ist Muss ich sagen Aber Naja Wer es braucht, ne? So, sagen wir ja 16 zu 5 Nicht so schön Oh shit, Kobla Nice Gut, die sind alle da oben Aber ich wette Ein paar Leute Ja Nein, von hinten Nein Wie konnte ich ihn nicht sehen? Oh, schade Luftraum ist voll Wir haben sowieso gleich gewonnen Und dann müsste auch das erste Spiel beendet sein Hoffentlich gehen wir dann bald beste Waffen Die EP5 Ist jetzt What the fuck Wollt ihr mich verarschen, oder was? So, gib mir deine Waffe Sorry, dass ich die erste Waffen aufhebe Aber ich sehe nämlich einfach nach den Waffen irgendwie Das ist echt merkwürdig Was zum Teufel? Willst du mich verarschen, du Bastards? Meine Güte So, die Spawn ist da Ach Gottchen, ja Gut 2,25er KD Nicht so toll Eigentlich sehr schlecht Muss ich sagen Für die schlechten Gegner Die Scores der Gegner Und die Teammates Und der eine hat da sogar Ein 12 zu 3 5 zu 11 5 zu 11 Die haben wahrscheinlich zusammengearbeitet Haben die sich ja schon gemacht Weiter so, Jungs So, alles klar Ist übrigens Deutscher Wir sollten uns vielleicht auch offline stellen Damit die uns nicht alle Ne, genau So Gut Das war's mit dem ersten Spiel Aber natürlich Wollen wir auch irgendwann Das Roadtruck-Manner hier zu Ende bringen Deswegen werden wir wahrscheinlich Pro-Folge 2 Spiele machen Klasseneditor Nice So, was haben wir denn hier Ich liebe das hier Dieser Klasseneditor Immer, wie man sich Wie man sich gemeinsam aufbaut Also du und ich quasi Und hier neue Waffen freischalten Das Ganze funktioniert hier übrigens mit einem Kaufsystem, glaube ich war das, ne Oder so ähnlich auf jeden Fall So, M16 können wir haben MP5, Strohflinten Alles klar, wir haben ziemlich wenig noch freigeschaltet Nehmen wir einfach mal die M16 Die, ja genau Hier kann man sich das kaufen Und so funktioniert das Ja, ich muss aber sagen Ja, gut Ach, scheiße Ich denke, wir werden erstmal mit der MP5 uns zufrieden gehen müssen Hier Schallnimpfer Ja, lass uns Ja, lass uns Schallnimpfer nehmen Kauf Genau, kaufen und bestätigen Sekundärwaffe Bleiben wir einfach dabei Samtex Auch ziemlich wichtig Genau, jetzt haben wir kein Geld mehr Aber gut Wer braucht schon Geld Leichtgewicht Gestählt Durchdrinkt wenn Und ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt Solige Handflinkheit Alles klar, wir wissen Bescheid Und Taktikmaske Meinetwegen Gesichtsfarbe können wir auch verändern lassen Allerdings Hab ich das damals auch nie gemacht Um ehrlich zu sein Weil Ja Wir nehmen alle Drogen Und sind alle glücklich Und nochmal Okay, das ist ein bisschen scheiße Shit, aber ich kann jetzt nicht rausgehen Sorry Dann halt nochmal Summit Was anderes kann ich nicht tun Ich glaube, hier war es noch so, dass Die Maps Zweimal hintereinander sogar gespielt werden konnten Ich glaube, das geht sogar Hier Alles klar Wir müssen erstmal den Ladescreen genießen Weil der so richtig schön ist Ja Wunderschönster Ladescreen ever Und dann nehmen wir wieder die MP5 Dieses Mal mit Schallnimpfer Und Ich weiß gar nicht, mit welchen Killstreaks Muss ich ganz ehrlich gestehen Gut, dann lass uns loslegen Genau Und nur auf die Mission konzentrieren Hört auf den Sprecher Ich weiß gar nicht, wer dem eigentlich zuhört Aber ist ja vollkommen egal Im Großen und Ganzen spielt der ja sowieso keine Rolle Genau Das macht ihr sehr schön weiter so Ihr seid die zweitbesten Spieler der Welt Einmal kurz nachladen Und ich werde, wir kommen gleich hier lang Oder auch nicht Keine Ahnung Die haben schon eine Drohne Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Teammates, Alter? Gott, was nehmen die denn? Das wird drogen, Alter Das ist so, als ob wir auch eine Drohne Das ist sehr schön Ja, auf jeden Fall weiter so, mein Freund Nein! Shit! Ich glaube, ich wurde aus dem Semtex ermordet Schmerz und Schmerz Und mein Herz klopft und klopft Jedes Mal, wenn ich sterbe Ja So, einmal eine Granate dahin Nein! Ich, manchmal bin ich zu Ja, wie soll ich sagen Übermotiviert, sag ich mal Ich meine, schau dich mal die Karte an Ah, jeder einzelne Gegner befindet sich dort Und ich laufe einfach rein, wie so ein Dulli Soll ich vielleicht nicht machen Ja, scheiße, das soll ich auch nicht machen Dazu ist meine Waffe einfach nicht gut genug Ne, genau So, ich denke Verdammt, da ist eine Claymore Die sind übrigens hier extrem stark Die Claymores So, vielen Dank für den Kill Ich will jetzt die Waffe vom LH-Z1 gar nicht wechseln Ich sollte mir das abgewöhnen Ich mach das immer und immer wieder Ja, ich gewöhne mir das ab am besten So, das passt, die muss sterben Nicht aktivieren, weil die gerade eine Kontradrohne oben haben Not sich da nicht so ganz Ne, 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 ne Nein, aber das kann ja nicht wahr sein, ne Dass die jetzt alle da oben campen Die führen sogar Also das ist ja wirklich schon erbärmlich, ne Ja, shit, Alter Ich werde mal versuchen, die zu flankieren Und von hinten zu kommen So, gut, das klingt natürlich immer ein bisschen Zweideutig, ne, aber Also, wer hätte der mich gekillt Dann würde ich mir auch denken Alter Schwede So, dann machen wir mal Nein Das ist das Stück mit der Stoffflinte, ne Immer wieder, der killt mich Immer wieder, der Ich hab wirklich so erbärmlich Wir gegen das Spiel Ja, es tut mir echt leid Aber, äh, ne Geh mir die Farmers Ah, ich wollte keine Waffen aufheben Und ich mach's trotzdem am Mont immer wieder Was macht denn wirklich Was soll das denn schon wieder Die müssen natürlich wieder campen Kann ich nicht mal ein Köln auf dieses Spiel finden Wo ich mal meine Ruhe habe Natürlich Ja, alles wird gut, Alter Dieser Typ mit der Stoffflinte Geht mir so auf die Nerven So, der Typ oben ist einer Die wollen wir mal gerne holen Danke für den Kill Oder auch nicht Fuck Komm schon, zeig dich Ach, was für ein Bastard Aber auch, ne Der Typ, der, äh, weiß echt Wie man einen aufrehen kann Ja, super Na, super, Alter Hab nicht mal eiskalt oder so etwas Ist natürlich jetzt perfekt Ja, passt Sehr schön Ach, wisst ihr was Diese Gainer gehen mir so auf die Pisse, Alter Die nerven aber auch Muss man immer vorsichtig sein Weil man nie weiß, wo sich wer befindet hier Ist ja schrecklich Geht mir die Scheiße, genau Die Galil ist auch eine sehr schöne Waffe Eine meiner Lieblingswaffen hier in dem Game Ja, und natürlich kommt wieder der Stoffflintmann angelaufen Genau, Stoffflintmann, so nennen wir ihn dieses Mal Haben wir gleich einen neuen Namen Für die Missgeboten Ja, bitte tut er mich Ja, danke Meine Güte Unglaublich, aber auch für die Spielen Das ist ja nicht mehr normal Guck mal, was Was macht dieser Alter, ich wollte schon gerade Hurensohn sagen Also Verzeihung Für meine, äh, ne Für meine Wortwahl, aber Das sind echt richtige Spasten Was machen die denn da? Mann, ist das hier ein Picknick-Game oder was? Die Picknicken Was macht ich? Der Picknicks Ich aktiviere die Scheiße einfach, um meine Punkte zu bekommen Ja, genau Natürlich habe ich jetzt Ja, natürlich habe ich jetzt wieder keine Ach Gottchen Weiter, sonst verlieren wir Wir verlieren so oder so, du Pisser, Mann Ja, der spielt jetzt natürlich Sein größter Traum war es schon immer mal zu fliegen Der wurde jetzt damit wohl erfüllt So, ich spiele mit dem 16 einmal Aus Mitleid Weil ich selber nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll Genau, ja, platziert gleich Der Claymore Meine Güte So Der Typ kämpft da gerade, wie eigentlich jedes Mal Genau, so, mein Freund Ich glaube, das geschieht dir auch recht, ne Aber das müsst ihr dir eigentlich bewusst sein Ja, wo ist er? Also das Ja Das kommt Ah, ich wollte ihn so töten Schade Hätte er sich richtig aufgeregt Das war richtig schön Wow Schau euch mal die Scores meiner Teammates an Kann ich da nichts für, wenn meine Teammates so schlecht sind Ist natürlich immer scheiße, ne Aber was soll man dagegen tun? So Ja, hier 12 zu 1, 20 10 zu 16 Sag mal, was ist denn da los mit den Teammates? Oh mein Gott Die rennen einfach rein, habe ich mal so das Gefühl Die wissen gar nicht, wie das Spiel funktioniert Naja, gut Kann man nichts machen Ist halt nur mal so So Wir haben die Anfield freigeschaltet Die werden wir dann im nächsten Part spielen Vielen Dank fürs zu Ende schauen Wenn es euch gefallen hat Vergesst auf keinen Fall den Part mit dem Daumen nach oben zu bewerten Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Call of Duty findet Ich werde jetzt pro Folge wahrscheinlich immer zwei Spiele machen Äh, mit Cuts oder ohne Da bin ich immer so ein bisschen Ja, nicht ganz erschlossen Und entschlossen Das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen Was jetzt Ne Ob das jetzt nötig ist, einen Cut zu machen oder nicht Ob man das machen sollte Denn Road to Commander ist natürlich immer auch fragewürdig Aber ich hoffe, euch gefällt es Dass es immer abwechselnd mit dem MW2 Road to Commander kommen wird Oder vielleicht auch zweimal Äh, Black Ops 1 Dann wieder dreimal MW3 Dann wieder einmal Black Ops 1 Dann wieder zweimal MW2, meine ich Äh, und dann wieder fünfmal Black Ops 1 So irgendwie in der Art wird es dann, äh, vorangehen Also bewerten, kommentieren Hier nicht vergessen, abonniere jetzt meinen Kanal Um unsere Nation beizutreten Und ich sehe dich Im nächsten Video wieder Tschüss, tschüss